Seit ich denken kann, engagiere ich mich eigentlich für den Umweltschutz und auch für die Artenvielfalt. Und das ist natürlich in der Stadt, denkt man erstmal, nicht so einfach. Aber da gibt es tatsächlich jede Menge großartige Projekte. Die Wanderbaumallee, das war so eines der ersten, was ich von Green City gekannt habe oder kennenlernen durfte und war total verliebt. Und ich finde es super, dass sich das langsam so ausbreitet. Ich meine, jetzt haben wir hier Beete hinter uns, wo jeder pflanzen kann, was er will. Alles Essbare wächst quasi in der Stadt. Ich glaube, das wird oft unterschätzt, was für eine Chance wir in Städten haben. Nicht nur, um es lebenswerter für uns zu machen, sondern auch, welche Nischen wir für Tiere kreieren können. Zum Beispiel auch mit Fassadenbegrünung, was ich mir echt mehr wünschen würde. Und dass wir den Baumschutz wirklich hundertprozentig vorantreiben. Alte Bäume gehören einfach nicht gefällt. Punkt.